Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Licht in der Dunkelheit, anzunehmen bei Velastrasza, im Schattenhochland, an dieser Stelle. Vor Quest war, und der Himmel färbte sich rot. Nun geht es in diese Richtung. Wir müssen Alexstrasas Träne pflanzen. Wir müssen an dieser Stelle, wie es aussieht, hier hineinlaufen. Diesen Gegner töten. Und wir haben Alexstrasas Träne in der Tasche. Oder noch hier an der Quest, wo ist es? Da ist es gelandet. Okay, warum ist es da gelandet? Das ist das Quest-Seite am Alexstrasas Träne. Rechtsklick. Und schon ist die Quest bereits zur Abgabe. Eventuell kann man die Träne auch hier draußen benutzen. Aber ich wollte es ein bisschen mit Effekt. Einfach im Baum. Vielleicht wird der Baum auch grün wieder. Quest ist dann abzugeben bei Velastrasza. Im Schattenhochland. An dieser Stelle. Ich habe jetzt bei diesem Baum nicht die Map aufgemacht, aber ihr habt ja gesehen, wo ich hingeflogen bin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Bewege gut, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.